Aufnahme läuft, Notizzettel ist im sichtbaren Bereich. Ja, jedes Jahr mache ich einen Jahresrückblick, so auch für das Jahr 2022. Und wir nehmen es natürlich, sitz mal gerade hier, Keule. Wir nehmen es natürlich in 2022 noch auf, damit ich morgen ausschlafen kann, während das Video dann schon auf meinem YouTube-Kanal irgendwie zu sehen ist. Oder? Mache ich das schon heute Nacht? Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Ja, das Jahr ist vorbei, jetzt wo ihr das Video seht. Es war ein aufregendes Jahr. Ja, die Welt hat sich irgendwie spürbar verändert. Und trotzdem muss ich sagen, war es für mich ein sehr angenehmes und gutes Jahr. Und es geht mir gut in jeglicher Hinsicht. Und ich kann bis auf vielleicht etwas dünneres Haar als letztes Mal noch wirklich nicht klagen. Ja, ich habe wieder ein paar Stichpunkte mir aufgeschrieben, damit ich mich so ein bisschen durch die Themen hangle. Ich versuche nicht über 15 Minuten hinaus zu gehen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, was gibt es zu erzählen? Reden wir mal von der Familie vielleicht als erstes. Der Familie geht es ebenfalls gut. Genauso wie mir. Die war Weihnachten in Berlin. Wir haben ein paar schöne Tage, Stunden miteinander verbracht. Silvester, also heute, am 31. nehme ich das auf, ist die Familie auch in Berlin, irgendwie bei einer Veranstaltung bei den Wühlmäusen. Das haben sie wohl schon mal gemacht und fanden das sehr schön und sind da heute nochmal. Und ja, wie gesagt, denen geht es gut. Gut, die Mutter freut sich auf ihren baldigen Renteneintritt und ja, ich glaube aber, da gibt es auf Rügen nicht viel zu klagen. Irgendwas nervt einen zwar immer und irgendwoher muss ich das Meckern ja haben. Aber im Grunde geht es denen wirklich gut. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe mich 2022 sehr oft mit der Familie gesehen, getroffen. Gerade jetzt, wo es das 9-Euro-Ticket gab, war ich ja im Juni, Juli und August jeden Monat einmal auf Rügen für ein paar Tage. Nicht nur für ein Wochenende, sondern auch unterwöchig. Habe von dort aus gearbeitet und zeitgleich natürlich dann auch die Familie gesehen. Und es war sehr schön. Wir haben uns, glaube ich, dieses Jahr deutlich häufiger gesehen als 2021. Ich habe jetzt keine Strichliste dafür. Ich weiß, es ist verwunderlich, aber es ist schon deutlich mehr als noch letztes Jahr. Ja, und im Februar sehe ich die Familie auch schon wieder. Vielleicht auch im Januar. Mal gucken. Wir versuchen jetzt einmal im Monat uns zu sehen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber wir sind ja im Rückblick, nicht in der Vorschau. Also, 1 und 5. Als nächsten Punkt habe ich Gesundheit. Es geht mir gut. Ich habe noch nicht die 100-Kilo-Marke geknackt. Bin immer noch bei 95 irgendwas. Versuche das loszuwerden. Bewege mich jetzt seit August, seitdem ich diese Uhr habe hier. Oh, auch jeden Tag mindestens so viel, dass ich alle drei Ringe geschlossen kriege. Nun ist es natürlich so, dass man die Ringe so einstellen kann, wie man möchte und sozusagen die Messlatte sich selber gestaltet. Aber ich bin bei 8 Stunden am Tag mindestens jeweils eine Minute stehen, was ich aber durch das Arbeiten im Stehen schon deutlich häufiger schaffe als nur die Minute, sondern dass ich dann wirklich länger am Schreibtisch stehe. 740 Kalorien zu verbrennen, das kriege ich auch hin und eine halbe Stunde mich irgendwie bewegen, was über den Klogang oder den Weg zum Kühlschrank hinausgeht. Also wirklich Trampolin oder Fitness Plus nutzen, was ich glaube ich drei Monate mit der Uhr auch so bekommen habe und jetzt zahlender Kunde bin und das auch regelmäßig nutze. Und da bin ich irgendwie ein bisschen glücklich drüber und stolz, dass ich jeden Tag diese halbe Stunde Bewegung, dieses ein bisschen Auspowern, wirklich Auspowern ist es ja nicht, auf dem Trampolin zumindest nicht, Hittraining dann vielleicht schon, dass mir das gelingt und dass ich da dranbleibe und dass meine Zwanghaftigkeit mir da hilft. Aber ich sehe auf der Waage noch keine Veränderung, vielleicht fresse ich auch einfach mehr, weil ich mich mehr bewege. Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Oben in die Luke wird mehr reingestoppt und es wird mehr verbrannt, aber am Ende wäre vielleicht ein bisschen weniger Fressen auch ganz hilfreich. Ja, dann habe ich ein Thema Augen. Ich war dieses Jahr im März beim Betriebsarzt und die haben gesagt, sie brauchen keine Bildschirmbrille, alles super, sie können gut gucken. Der Meinung bin ich aber nicht. Ich merke zunehmend, dass wenn es auch dunkel ist, ich schwieriger kleine Texte lesen kann und auch im Hellen fange ich schon so an. Und jetzt war ich am 1. Dezember beim Augenarzt und der hat mir bestätigt, ja, sie brauchen eine Lesebrille, nicht eine Bildschirmbrille, aber wenn sie lesen und kleine Schriften haben, dann brauchen sie eine Brille und sie liegen irgendwo zwischen 1 und 1,5 Dioptrien. Ja, das heißt, ich werde mich jetzt die Tage mal damit beschäftigen, wie eine Einsichtbrille, keine Gleitsicht, sondern so eine Einsichtbrille, wahrscheinlich bei Mr. Spex bestellen, die Gläser zahlt sie ja dann nicht, zahlt sie nur den Rahmen und da muss ich mal gucken, was es da so an schönen Gestellen gibt. Da gibt es ja auch schöne Apps, wo man dann probieren kann, wie sieht denn die Brille auf meinem Gesicht aus, auf meinem Kopf. Ja, aber mit 44 kann man sagen, ist das okay, dass man dann sich vielleicht mal eine Lesehilfe zulegt und mal schauen, wann ich die im Alltag dann benutzen werde muss. Beim Stream geht es eigentlich noch, das Verlesen des Textes, woher viele immer sagen, du erkennst den Text nicht mehr, deswegen liest du es falsch. Nee, nee, das ist wirklich, weil ich mir nicht die Zeit nehme zum Lesen und einfach nur das erste und letzte Wort lese und den Rest dazwischen selber erfinde. Aber das ist ja nochmal ein anderes Problem. Aber ansonsten kann ich sagen, geht es mir gesundheitlich wirklich gut. Ich habe keine Wehwehchen, wie gesagt, die Wampe wächst, aber die muss man irgendwie, muss man mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich habe auch schon wieder den Blick auf Essen, geradezu liegen sechs Bananen, die sollten für den Vormittag reichen. Ach, der Vormittag ist ja auch gleich rum, Mist. Ja, aber sonst wie gesagt, keine Beschwerden, alles wunderbar. Ja, von daher Haken dran. Hobby, Hobbys, Brettspiele, weiterhin liegt das Hobby-Brettspiel brach. Hier liegen sehr, sehr viele Spiele in Regalen, aber irgendwie werden sie nicht mehr genutzt. Das ist ein bisschen schade, aber dafür nimmt ja das andere Hobby oder ein weiteres Hobby, Videospiele spielen, immer mehr Platz in meinem Leben ein. Und auch das Streamen betreibe ich weiter voran 2022. Da mache ich dann auch nochmal morgen im Jahresrückblick, bezogen auf Twitch, mal eine Übersicht, wie viele Stunden habe ich denn gestreamt, wie viele Streams waren das aufs Jahr, wie viele Spiele habe ich gespielt. Aber allein im Dezember habe ich jetzt 80 Stunden Streamzeit auf der Uhr, etwas über 80, wenn nicht sogar 90. Und das liegt aber daran, dass ich zwei Wochen Urlaub hatte im Dezember und dann jeden Tag sechs Stunden reingeknüppelt habe. Also nicht jeden, aber oft. Und der 12-Stunden-Stream wiegt ja auch ein bisschen was, der kam ja auch dazu, den habe ich auch immer im Dezember. Ja, das Videospiele-Hobby treibe ich weiter voran, immer eigentlich meistens in Verbindung mit dem Stream. Ich habe gemerkt, so auf Stream, ohne Stream an, ohne Zuschauende, macht mir das nicht mehr so viel Spaß, so für mich zu spielen. Multiplayer-Spiele, ja, oft nicht so den Bock. Und auf Multiplayer-Spiele mit Korgern zum Beispiel, schrägstrich Jermaine, hätte ich schon Lust, aber der hat keine Zeit. Ich habe eine Auswertung von Steam bekommen, was mein meistgespieltes Spiel im Jahr 2022 war, das war Deep Rock Galactic. Da haben wir ganz schön viele Stunden drin verbracht, der Jermaine und ich. Aber man sieht, ab Mai des Jahres ging es rapide bergab. Im April hat man sehr, sehr viel, ich weiß gar nicht, wir haben ja am Anfang über den Game Pass gespielt. Aber ja, der Korgan hat leider keine Zeit mehr so richtig für mich. Da kommen wir eigentlich auch schon gleich zum nächsten Punkt, Freunde und so. Aber der hat so viel Arbeit, so viel zu tun, den kriege ich kaum noch zu greifen. Das ist ein bisschen schade, aber ein Stück weit auch, wie soll ich sagen, schon gelernt aus anderen Freundschaften, dass halt sich im Laufe der Zeit Dinge verändern. Das Studium ist glaube ich nicht ohne, irgendwann wird vielleicht auch ein Kind dort in die Familie mit einziehen und dann wird er noch weniger Zeit haben. Und das ist vielleicht schon mal eine Gewöhnungsphase daran. Ja, aber wie gesagt, durch das Stream kann ich zumindest mein Pro Gaming mit euch da draußen teilen. Und ja, Off-Stream spielen ist dann eher aktuell zumindest nicht so das Thema. Äh, gibt es sonst irgendwas an Hobbys zu erzählen? Hobby, habe ich irgendwelche anderen Hobbys? Serien? Ja, ich gucke viel Serien. Äh, habe mir jetzt Paramount Plus für einen Monat kostenlos geholt, um mir die Star Trek Serien reinzuziehen. Äh, Discovery schnell nochmal durchzusuchten, was ja irgendwie fieserweise von Netflix runtergezogen wurde. Äh, Strange New Worlds und was da nicht alles so läuft. Also ich habe irgendwie aktuell gefühlt alle Streaming-Dienste abonniert und gucke da die, äh, ja, Regale hoch und runter. Gerade gestern schon wieder sechs Stunden Serien geguckt, also schon ein bisschen, naja, egal, was man halt so macht. Was einen glücklich macht, soll man tun, ne? Ja, äh, Freunde, äh, eigentlich ein Part mit für den Familie-Bereich. Äh, wie gesagt, äh, die Zeit ist, äh, bei allen relativ knapp gewesen. Ich habe, äh, Dresden, also den Arnie und den Buff habe ich gesehen ab und zu, äh, war auch dort zu Besuch. Und, äh, ja, äh, man spielt zusammen ab und zu mal was, grounded, naja, vielleicht doch nicht so oft, aber doch besser als gar nichts. Und, äh, ja, äh, man guckt ab und zu mal einen Film zusammen, da ist dann Darlene auch mal mit dabei. Äh, äh, das war sehr schön, da den einen oder anderen Freitag da gemeinsam sich einen guten oder weniger guten Film reinzuziehen. Der letzte Film dieses Jahr, den wir zusammen geschaut haben, war Coraline. Und, äh, das ist ein richtig schöner Film. Der ist zwar auch schon 22, 23, 2009, 12 Jahre, 13 Jahre, sorry, alt. Äh, den hätte ich gerne auf Blu-ray, äh, gibt's aber nicht mehr. Also zumindest nicht in der Version. Ich hatte den mal auf Blu-ray und jetzt gibt's irgendwie eine 4K-Version in den USA. Ich hoffe, dass die irgendwann auch mal nach Europa rüberschwappt, dass ich die haben kann. In einer europäisch verarbeiteten, verarbeitbaren Version. Ja, ansonsten geht's, glaube ich, allen Freunden und Bekannten und, äh, Menschen in meinem Umfeld soweit ganz gut. Und man merkt, es werden weniger, aber man ist nicht allein. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Äh, ja, mal gucken, äh, wen ich heute vielleicht noch höre von den einzelnen Personen. Ich hoffe ja, dass ich Jermaine auch nochmal lese. Irgendwie ist er seit gestern Mittag abgestorben. Wahrscheinlich im Dauerstress durch die Arbeit. Ja, äh, Thema Arbeit, auch eine schöne Überleitung. Äh, ich hab ja auch einen Job, in dem ich sehr glücklich bin, seit 2018 bei Toll Collect. Äh, dieses Jahr war wirklich echt, echt gut, äh, diese Personalentwicklung, die ich durchgemacht habe, in der ich eigentlich auch noch nächstes Jahr stecke, aber die jetzt durch die Veränderung des Unternehmens vom normalen Arbeit zum agilen, äh, findet die nicht weiter statt. Und deswegen bleibe ich zumindest auf der letzten Stufe, der irgendwie stehen und gehe dann so langsam den Schritt weiter, die Schritte weiter. Aber ich muss sagen, es war echt das Beste, was ich beruflich machen konnte, zu Toll Collect gehen. Und ich fühle mich auch weiterhin wohl. Hatte ich gestern in einem Stream auch, es ist mit das Wichtigste, wo ich zugeschaut habe, nicht selber gestreamt habe, es ist mit das Wichtigste an der Arbeit, dass man die gerne macht, dass man gerne hingeht, dass man Freude daran empfindet und nicht am Montag schon nach dem Wochenende hiebert und sich sagt, oh, scheiße, ich hab keinen Bock auf den ganzen Mist. Und das ist glücklicherweise nicht der Fall. Und ich wurde da echt gut gefördert, auch gefordert, aber auch gut gefördert und fühle mich da sehr, sehr wohl und kann da auch nur sagen, ja, Arbeit läuft, sie lässt mein Hobby, das Stream sehr, sehr umfassend zu und ich bin da wirklich in einer sehr guten Situation, würde ich mal sagen. Ja, es gibt nichts zu meckern, bis auf meine Nachbarn. Die hätte ich fast vergessen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Gut, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe sogar einen Weihnachtsbaum und das will schon was heißen. Nee, mal Spaß beiseite. Also wie gesagt, ich kann mich echt sehr glücklich schätzen und hoffe, dass das die nächsten Jahre auch so weitergeht, dass ich mich da auch weiterhin glücklich schätzen kann, sei es mit der Familie, der Gesundheit, den Freunden um mich herum, um den Hobbys, denen ich nachgehe und natürlich auch beruflich. Ja, gab es irgendwelche Highlights dieses Jahr? Ich überlege, verreist war ich ja nicht groß. Wir wollten eigentlich nach Dublin, das ist jetzt im Januar, aber das ist Corona-bedingt ins Wasser gefallen. Corona hatte ich dieses Jahr, ist das ein Highlight? Ich weiß es nicht. Ich habe mich zwei Jahre drum gedrückt und im September, kurz vor meinem Geburtstag, hat es mich dann erwischt. Das war nicht so schön. Bis dahin habe ich auch irgendwie anders über Corona gedacht, als jetzt, wo ich es dann einmal hatte. Das war die komplette Bandbreite an Erkältungserscheinungen und das über mehrere Tage. Also ich glaube, neun Tage war ich wirklich extremst beschäftigt. Danach ging es einigermaßen und den Husten habe ich ja noch Wochen danach mit mir rumgeschleppt. Naja, jetzt haben wir einmal die Klatsche gekriegt und ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal wieder eine Auffrischungsimpfung braucht oder so. Aber ja, ich bin ja viel für mich und von daher ist die Chance, sich irgendwie die Klatsche zu holen, relativ gering. Wobei es mir ja im September gelungen ist. Ja, ne, größere Reisen oder Erlebnisse, würde ich jetzt sagen, gab es eigentlich nicht. Ich habe meinen Rechner ein bisschen upgradet, ein bisschen neue Technik angeschafft. Zum Beispiel nehme ich jetzt gerade mit einem neuen Laptop diesen Jahresrückblick auf. Das alte MacBook, was ja mittlerweile schon 10 Jahre alt war, das hatte ich 2012 gekauft, konnte ich über Ebay veräußern an jemanden, der damit noch ein bisschen rumbasteln will. Und jetzt habe ich mittlerweile ein Laptop, was halt ohne Lüfter funktioniert, wo halt nicht dann der Lüfter den halben Sound irgendwie Pegel nach oben knallt und man mich kaum noch versteht. Das ist natürlich schon sehr angenehm. Ja, die OLED-Glotze, die Mitte des Jahres kam, auch eine schöne Sache. Habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt. Klar, wenn es jetzt hell ist, sehr hell draußen, was ja immer mal passiert, dann kann man da bei dunklen Szenen nicht so viel mehr erkennen. Das war bei dem anderen Fernsehen noch ein bisschen besser. Aber das Schwarz ist schon ziemlich satt und sehr, sehr schön und fördert wahrscheinlich meine Film- und Seriensucht noch mehr. Ja, Thema hell und Sonne und Wärme. Wir haben heute in Deutschland bis zu 23 Grad. Muss man sich mal vorstellen. Es ist der 31.12. und da soll mir noch mal einer sagen, es gibt keinen Klimawandel. Also ich weiß nicht, ob es letztes Jahr auch so warm war, aber in Freiburg sind es, glaube ich, 23 Grad heute. Da denkt man sich so, wo ist der Winter hin? Wir tauschen wahrscheinlich mit Australien oder so, die im Winter, also ihren Winter im Juni, Juli haben und im Dezember die heißesten Temperaturen. Ja, ich gucke gerade auf den Timer. 15 Minuten habe ich schon gerissen. Wir sind bei 17 Minuten. Ja, dann will ich bei 20 Minuten spätestens den Sack zumachen. Ich bin heute nicht alleine. Ihr kennt ja das Faultier. Es begleitet mich nun schon mehrere Jahre und sorgt immer wieder für Freude und ein Lächeln, wenn die Mutter da ist. die dekoriert ihn dann immer, zieht den Sachen an oder setzt ihm Sachen auf oder gibt den Sachen in seine Faultier-Pranken. Wo ist er denn hier? Die sind ja groß genug. Und ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ich danke euch fürs Anschauen dieses Videos und immer wieder mal vorbeischauen auf diesem Kanal. Ich mache jetzt schon seit 2015, ich glaube, ja, schon seit sieben Jahren tägliche Vlogs. Ist es 2015 gewesen? Ich habe das irgendwann mal entschieden, auf einer Fahrt von Rügen nach Berlin, komm, du machst jetzt täglich Videos. Schreibst zwar auch ein Tagebuch, aber komm, machst jetzt Videos. Und das mache ich schon so lange. Und es ist zwar immer dasselbe, wie meine Mama sagt. Die hat da zwei, dreimal reingeguckt und meinte so, naja, jeden Tag muss ich es nicht gucken, kriegt sie ja immer dasselbe. Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber ja, vielen lieben Dank, dass ihr immer wieder vorbeischaut. Sei es auf YouTube oder auf Twitch. Und ja, ich hoffe, auch ihr hattet ein schönes, möglichst angenehmes Jahr 2022. Habt einen angenehmen Jahreswechsel. Und ja, werdet im nächsten Jahr, ja, auch ein angenehmes Jahr, eine angenehme Zeit erleben. Ja, den nächsten Rückblick gibt es dann am 01.01.2024. Und diesen Rückblick lade ich dann am 01.01.2023 hoch. Und ihr müsst ihn dann ein Jahr als Startvideo auf meinem YouTube-Kanal ertragen. Ich hoffe, das tut nicht allzu weh. Man kann es ja dann auch wegklicken. Ich weiß gar nicht, wenn man es einmal gesehen hat, ob es dann immer noch angezeigt wird. Aber gerade für die Leute, die vielleicht den Kanal nicht kennen, ist das mal ganz interessant zu sehen, wer sitzt denn hier hinter diesem Kanal. Ja, gut, das ist es. Mehr hab ich nicht. Amazon müsste gleich noch vorbeikommen. Und dann werde ich mich mal weiter mit OBS beschäftigen. Und ja, meine Statistik für Streaming basteln, die ich morgen im Jahresrückblick auf Twitch präsentieren werde. Also, bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Das ist irgendwie mein Standardspruch geworden seit zwei Jahren. Gefühlt, naja, vielleicht ein mehr. Ärgert niemand anderen. Und ja, bis dann beim nächsten täglichen Vlog oder beim nächsten Jahresrückblick. Guckt euch gerne auch die von den letzten Jahren an. Ich mach das, glaube ich, schon drei, vier, fünf Jahre. Und dann muss ich jetzt noch irgendwie die Zeit füllen bis zu 20 Minuten. Ach nein, wir machen ja immer 19, 59, damit es dann auf YouTube zumindest wie 20 Minuten aussieht. Also, ich bin raus. Tschüss. Alles Gute euch. Tschüss. Tschüss.